Slowenen gibt es ja bei uns keine. Windische. Windisch gibt es ja nicht, windisch. Entweder ist es slowenisch oder deutsch. Deutsch. Wir sind alle für Deutsch. Ja, für Deutsch. Das ist das Problem, dass die windischen zu den Slowenen gezählt werden. Ja, das ist ja eben. Weil ja da 100% keiner dafür ist. Für alle Slowenen. Und in der Gemeinde gibt es also überhaupt keine Slowenen. Wie? Hier oben gibt es überhaupt keine Slowenen. Es kann ja sein. Es kann schon sein. Ich kenne keinen. Ich bin aber schon 67 Jahre alt. Hinter den Rücken können es ja sein, aber jedenfalls die Mehrheit ist für Deutsch.